Hallo und Servus liebe Trader, herzlich willkommen zu einem weiteren 5 Minuten Video Coaching von TraderFox. Heute möchte ich euch die Radarsignale am Trading Desk zeigen. Zuletzt haben wir ja bereits über das Trade Radar gesprochen und heute erkläre ich euch, welche weiteren Tools es gibt, um die damit gewonnenen Informationen optimal einzusetzen. Ich zeige euch, wo ihr die ganzen Tools finden könnt und erstelle mit euch gemeinsam auch einen sinnvollen Desktop, den ihr für eure täglichen Screening Routinen nutzen könnt. Dazu gehen wir zunächst auf den Trading Desk auf TraderFox.com. Eingeloggt sind wir schon und nun wechseln wir zunächst auf den 5 Minuten Video Coaching Desk. Dort wollen wir uns jetzt einen neuen Desktop erstellen. Das könnt ihr ja mit dem Plus Symbol unten rechts im Eck machen. Einfach ein Linksklick darauf, dann werdet ihr gefragt, wie der Desktop heißen soll. Wir nennen ihn jetzt einfach Radar und um herauszufinden, welche Signale gerade gut am Markt funktionieren, öffnen wir zunächst noch einmal das Trade Radar. Oben bei der Spalte Radar findet ihr die ganzen Tools. Nun können wir die Box mit der Drag & Drop Funktion verschieben. Wir können sie auch von der Größe her etwas anpassen. Und ja, nehmen wir gleich alle deutschen Aktien mit einem Handelsvolumen von größer als einer Million innerhalb der letzten 5 Handelstage. Hier sehen wir zum Beispiel, dass wir gerade eine hohe Trefferquote bei den neuen Tiefs haben, beziehungsweise gibt es hier auch gerade eine große Vielzahl von durchbrochenen Unterstützungslinien. Hier liegt die Trefferquote allerdings erst bei, ja, im besten Fall 66%. Alles über 75% hätte eine sehr hohe Aussagekraft. Und um diese Erkenntnisse jetzt optimal umsetzen zu können, können wir auf weitere Tools zugreifen. Zum einen gibt es hier die Radarbox Signale. Diese kennt ihr schon. Das ist dieselbe Box, die sich auch öffnet, wenn ihr hier auf ein entsprechendes Signal klickt, also beispielsweise auf das 52-Wochen-Tief. Das können wir hier auch immer verändern, das Signal. Und dann sehen wir sofort, bei welchen Aktien dieses Signal bereits getriggert wurde. Und unten bei Formationen sehen wir, wo wir kurz davor stehen. Mit einem Klick auf den Abstand könnt ihr eben eine entsprechende Veränderung vornehmen. Wir sehen zum Beispiel bei Schaeffler AG, dass hier die Aktie unmittelbar im Bereich des Tiefs notiert. Sobald diese markante Unterstützungslinie fällt, dürfte sich die Abwärtsbewegung hier noch einmal beschleunigen. Dieses Tool eignet sich sehr gut, um auf ein bestimmtes Signal zu achten, also beispielsweise hier die Tiefs. Wenn ihr eine größere Zahl an vielversprechenden Signalen bei einer gewissen Kategorie seht, dann könnt ihr auch auf die Radarbox Strategien zugreifen. Hier seht ihr schon, klassische Chart-Technik ist standardmäßig eingestellt. Dasselbe findet ihr hier auch beim Trade-Radar. Das heißt, alle Signale dieser Kategorie werden hier berücksichtigt und auch entsprechend angezeigt. Hier können wir auch unseren Betrachtungszeitraum anpassen, also auch auf 5 Tage, so wie wir es auch beim Trade-Radar vorfinden. Dann funktioniert alles nach demselben Prinzip. Oben die getriggerten Signale. Unten seht ihr, wo wir kurz davor stehen könnten. Wir können hier auch ganz schnell und einfach eine Verknüpfung mit einem Chart vornehmen. Das kennt ihr ja schon mit der entsprechenden Zuordnungsziffer. Wenn ihr hier die 1 auswählt, anschließend auch einen Chart öffnet, dann wird das Signal immer automatisch auf diesem Chart angezeigt, wenn ihr eine neue Aktie öffnet. Gute Trefferquoten haben wir aber auch bei den Candlestick-Mustern. Das können wir entsprechend auch immer anpassen. Und je nachdem, was euch der Markt gerade zeigt, wo die größten Erfolgschancen lauern, könnt ihr dann eure Screenings immer dementsprechend anpassen. Zusätzlich gibt es bei den Radarsignalen jetzt auch noch Radarbox Scan. Hier könnt ihr speziell auch auf 5-Minuten-Charts achten, aber auch Tagescharts stehen euch hier zur Verfügung. Und ja, bleiben wir hier beispielsweise gleich bei den Bollinger-Bändern. Wenn der Markt jetzt zu einer Übertreibung in irgendeine Richtung neigt, also nach oben oder nach unten, hierbei über dem Bollinger-Band wäre es eine euphorische Marktphase. Das heißt, viele Titel sind bereits stark überkauft. Und wir gehen davon aus, dass es bald zu einer Korrekturbewegung kommen könnte. Dann macht es absolut Sinn, hier auf Aktien zu achten, die sehr stark überhalb ihrer Bollinger-Bänder notieren. Können hier eine entsprechende Anordnung vornehmen. Derzeit ist das hier bei sehr wenigen Signalen der Fall. Wenn wir die Auswahl auf den Tageschart umstellen, dann sehen wir, dass wir bei Bechtler eine Aktie haben, die schon demnächst für einen kurzfristigen Short-Trade in Frage kommen könnte. Das gleiche Prinzip funktioniert aber auch sehr gut für Rebound-Trades. Das heißt, wenn wir einen Markt haben, der von Angst und Panik gekennzeichnet ist, dann eignet sich dieses Tool sehr gut, um Kandidaten zu identifizieren, die bereits stark unterhalb ihrer Bollinger-Bänder notieren. Und wenn wir hier einen bedeutenden Abstand vorfinden, dann können wir hier ganz schnell und einfach eine Watchlist für potenzielle Rebound-Kandidaten zusammenstellen. Wir sehen das aktuell zum Beispiel bei einer Leonie. 7,8% notiert diese unterhalb der Bollinger-Bänder. Das heißt, hier zeichnet sich schon langsam eine Übertreibung nach unten ab. Und wir können uns diese Aktie nun auf die Watchlist legen. Euch stehen hier alle möglichen Signale zur Verfügung. Das heißt, ihr könnt hier eure Screenings gezielt eurer eigenen Strategie anpassen. Zu guter Letzt gibt es hier noch Radarbox-Einzelwert. Das heißt, wenn ihr beispielsweise eine Aktie ganz bestimmt auf dem Schirm habt oder besonders gerne tradet, dann seht ihr hier immer ganz schnell, welche Signale zuletzt getriggert wurden, welche uns bereits in Kürze geliefert werden können. Nehmen wir hier zum Beispiel jetzt die Aktie von Adidas. Wir können sagen, wir wollen die Signale der letzten fünf Handelstage sehen. Dann seht ihr, dass es zum Beispiel einen Ausbruch auf ein neues Allzeithoch gab am 08.05. Schauen wir uns das an. Hier seht ihr anhand der grünen Linie, wo das Hoch überschritten wurde. Und hier bestätigt sich auch die Trefferquote unseres Trade-Radars. Ausbrüche auf neue Hochs weisen derzeit nur eine Trefferquote von 43% auf und sind somit nicht sonderlich vielversprechend. Das heißt, es lohnt sich hier auf andere Signale zu achten. Ich empfehle hier immer parallel dazu das Trade-Radar als Grundlage zu verwenden, um die anderen Tools entsprechend anzupassen. Wenn ihr die Tools nach euren Vorstellungen angeordnet habt, dann könnt ihr den Desktop auch einfach abspeichern, indem ihr entweder hier die Autosave-Funktion auf grün schaltet oder ihr klickt mit einem Rechtsklick auf Radar und dort auf Desktop speichern. Wenn wir dann den Desktop neu laden, dann finden wir diesen sofort wieder so vor. und können diesen dann für unsere täglichen Screenings verwenden. Das waren die wichtigsten Radarsignale. Ich hoffe, ich konnte euch diese nun ein wenig näher bringen und ich wünsche euch viel Spaß beim Erstellen eures eigenen Desktops.